Das muss auch ein bisschen akzeptiert werden, dass es andere Kulturen gibt und Menschen anders tippen. Manchmal reichen nur Blicke oder so. Meine Mutter ist hier geboren. Viele Ausländer, deren Mütter sind schon hier geboren und sind in der dritten Generation hier. Integrierte Bürger, so deutsche Bürger. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind keine Immigranten mehr. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass das so ist, dass viele Ausländer mit diesen Problemen zu kämpfen haben. bis zum nächsten Mal.